Stenberg starb im Alter von 83 Jahren in Rom. In den 1960er und 1970er Jahren wurde sie als High-Society-Star bekannt. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie als Model, Schmuckdesignerin und Schauspielerin und trat in etwa 30 Filmen auf, wobei sie mit bedeutenden Regisseuren wie Alberto Latuada, Mauro Bolognini und Lamberto Bava drehte. Von Fürstenbach wurde in Rom geboren, soll in der Schweiz aufgewachsen sein und in England ein Internat besucht haben. Ira Von Fürstenbach arbeitete bereits im Alter von 14 Jahren als Model. Bald darauf sorgte sie für Aufsehen und Skandal, als sie 1955 im Alter von nur 15 Jahren in Venedig Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg, Von 1924 bis 2003 heiratete das Paar, das bis 1960 zusammen war, hatte zwei Söhne, Christoph und Hubertus. Der erste starb 2006 im Alter von 50 Jahren. Hubertus ist ein ehemaliger Skirennläufer, Sänger und Fotograf. 1961 heiratete Ira Von Fürstenbach den Geschäftsmann Francesco Matarazzo Piquenattari. 1964 ließ sie sich erneut scheiden. 1985 sorgte eine angebliche Affäre mit Fürst Renier von Monaco. Von 1923 bis 2005. Für Aufruhr. Doch das Gerücht wurde dementiert, dass der spanische Prinz die Anzeige wegen Ehebruchs im Austausch für das Sorgerecht für seine Kinder zurückzog und Ira Von Fürstenbach 1969 die Annullierung seiner ersten Ehe erwirkte und nach seiner Scheidung von Piquenattari nie wieder heiratete.